Sehr geehrter Herr Präsident, werte Ehrengäste, hochgeschätzte Mitglieder der Islamischen Glaubensgemeinschaft. Ich kann leider heute nicht beim Iftar-Essen mit dabei sein, was ich sehr bedauere. Ich habe schon sehr schöne Erinnerungen an vergleichbare Essen in der Vergangenheit. Aber es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen allen zum Ramadan alles Gute zu wünschen. Ein Fest der Gemeinsamkeit. Und dass dieses interreligiöse Fastenbrechen gemeinsam stattfindet, ist ja auch ein Zeichen dieser Gemeinsamkeit. Unter dem Motto Zeit für Dankbarkeit wird auch daran erinnert, dass wir schwere Zeiten hinter uns haben. Dass mit der Pandemie, die mit Corona verbunden war und ist, drei Jahre lang viele Bereiche des Alltagslebens beeinflusst waren. Nicht nur der Arbeitsmarkt, der Wirtschaftsstandort, sondern auch das Zusammenleben. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Mitgliedern der Islamischen Glaubensgemeinschaft, die gerade in dieser schwierigen Zeit bewiesen haben, wie wichtig es ist, aufeinander zu schauen. Menschen, die es schwerer haben, in einer solchen Krise durchzukommen, diese zu unterstützen. Die Zusammenarbeit war da eine ganz enge. Und dafür möchte ich mich bedanken beim Herrn Präsidenten Wural und bei vielen anderen in der Islamischen Glaubensgemeinschaft, die gemeinsam mit uns in der Stadt diese schwere Zeit durchschritten haben. Und wir sollten gerade auch in der Zeit, wo es uns besser geht, auch beim Fastenbrechen daran erinnern, dass viele andere Menschen in Not sind. Gerade das Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze hat gezeigt, weil furchtbare Ereignisse plötzlich über uns hereinbrechen können. Und ich danke auch hier vielen von Ihnen, die mitgeholfen haben, dass wir Hilfszüge, Geldspenden zusammenstellen konnten, um den Menschen zu helfen, die in einer solchen wirklich schwierigen Situation sind. Aber für heute wünsche ich Ihnen einen entspannten Abend beim IFTA-Essen und freue mich, wenn wir uns auch in den nächsten Wochen und Monaten wieder begegnen. Für heute alles Gute, einen schönen Abend, ein herzliches Glück auf!